Mein Name ist Eva-Maria Westermann. Ich bin seit einigen Jahren im Stiftungsrat der Caritas und gehöre dem Horizont-Fonds an, der dem Stiftungsrat unterliegt. Horizont engagiert sich und hilft Menschen in der Stadt Osnabrück sowie in der Region hier von Osnabrück. Wir im Team, die wir zusammenarbeiten wollen, schnelle Hilfe leisten, die direkt und sofort ankommt, pragmatisch und kompliziert. Wir setzen uns dafür ein, dass niemand Not leiden muss, der sich an uns wendet und werden als Beirats, als Fondsmitglieder von den Fachleuten der Caritas hier vor Ort unterstützt.